Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei M&H Creators. Heute mit einer Reaction und wir reagieren heute auf ein Video von M&H Creators und zwar auf das Video die 10 häufigsten Straftaten in Deutschland. Beginnen wir doch gleich mit dem Video. Achso, warum hört ihr nichts? Ähm, warum hört ihr nichts? Hallo? Diese Frage ist ganz schnell und einfach beantwortet, weil ich an einem Mac-Computer aufnehme derzeit. Und wenn ihr auch an einem Mac-Computer aufnehmt und versucht das Ganze in OBS, euer Desktop-Audio aufzunehmen, wird das nicht funktionieren. Denn euer Desktop-Audio wird in OBS bei einem Mac-Computer nicht aufnehmbar sein. Also, ihr könnt nicht hören, was auf euer Bildschirm gerade läuft. Außer, ihr befolgt dieses Video hier und macht genau das, was ich euch in diesem Video Schritt für Schritt erkläre. Das gibt's nach dem Intro. Herzlich willkommen zurück. Zuallererst mal, macht euch erstmal keine Sorgen. Wir haben nicht geplant, Reactions auf diesem Kanal hochzuladen. Wir bleiben bei unseren Tutorials. Und wie ihr das machen könnt, also dass euer Desktop-Audio, also alles, was auf euren Computer-Lautsprechern ausgegeben wird, auch in OBS landet und dort aufgenommen werden kann, das zeige ich euch in diesem Video. Also würde ich sagen, wir verlieren gar keine weitere Zeit. Beginnen wir doch gleich mit der Anleitung. So, das Erste, was ihr machen müsst, ist einmal auf diese Website hier zu gehen. Und da müsst ihr einmal eure E-Mail-Adresse angeben, euren First-Name oder euren Last-Name, also euren Vornamen und Nachnamen und eure E-Mail-Adresse. Und nachdem ihr dann eure E-Mail-Adresse und euren Namen hier angegeben habt, geht ihr hier einfach auf die Weiter-Taste, auf die Download-Taste. Dann kriegt ihr eine E-Mail zugesendet und in der E-Mail bekommt ihr dann einen Link, der euch zu der eigentlichen Download-Seite führt. Und hier müsst ihr eine Sache machen, ihr müsst hier einmal die oberste Version auswählen, die 2-Channel-Version. Ich erkläre es jetzt mit der 2-Channel-Version und ich sehe gerade die Kameras verrutscht, so, egal. Wir machen das jetzt wieder 2-Channel-Version, die reicht völlig. Und nachdem ihr die gedownloadet habt, klickt ihr hier oben einmal rein, klickt hier auf diese Software, Doppelklick und dann öffnet sich der Installer. Hier klickt ihr einmal auf Fortfahren, auf Fortfahren, auf Akzeptieren und hier könnt ihr einfach Fortfahren drücken, Fortfahren einmal euer Passwort eingeben. So, jetzt sind wir eigentlich durch mit der Installation. Jetzt können wir den Installer in den Papierkorb legen und den schwierigsten Schritt haben wir jetzt, glaube ich, auch schon geschafft. Jetzt müssen wir weitermachen, indem wir ein Programm öffnen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist in die App Audio MIDI Setup zu gehen und dazu klickt ihr einmal hier oben einfach in die Lupe und sucht danach und dann klickt ihr da drauf, bis sich das Programm hier öffnet. Und was ihr jetzt machen müsst, ist eigentlich, dass ihr hier genau das hier hinzufügt. Das habt ihr im Normalfall nicht. Wenn ihr das erstellen wollt, dann klickt ihr auf das Plus und dann nehmt ihr hier ein Gerät mit mehreren Audio-Ausgängen erstellen. Klickt hier drauf und dann kommt das so, ihr könnt das OBS einfach nennen. Was ich hier einmal machen müsst, ist, wenn ihr euch sowas hier erstellt habt, hier einmal beim MacBook-Lautsprecher einen Haken zu setzen und einmal bei diesem Black Hole 2 Channel. Und wenn ihr das gemacht habt, seid ihr eigentlich schon so gut wie fertig. Was ich jetzt noch machen müsst, ist, das Ganze einmal zu schließen. Das könnt ihr wieder schließen. Dann öffnet ihr die ganz normale Einstellung, geht hier zu Ton und dann geht ihr hier zur Ausgabe. Und hier bei Ausgabe müsst ihr unbedingt OBS wählen, damit das Ganze auch flüssig und sauber funktioniert. Was ihr da machen müsst, ist eigentlich einmal euer OBS zu öffnen. Entweder in die Einstellung und geht dann hier auf Audio und wählt dann hier als Desktop-Audio dieses Black Hole Channel 2 oder 2 Channel und genau, lasst das nicht auf Standard, sondern stellt das hier drauf. So macht ihr das, wenn ihr das als globales Audio-Aufnahmegerät haben wollt und wenn ihr das als einzelnes Audio-Aufnahmegerät haben wollt für jede Szene, dann geht ihr einfach in die entsprechende Szene, wo ihr das Desktop-Audio haben wollt. Bei mir ist das jetzt die Reaction-Szene und klickt dann hier in die Quellen, fügt eine hinzu, nehmt hier eine Audio-Ausgabe-Aufnahme und klickt hier auf OK. Ihr könnt das so nennen, wie ihr wollt. Und dann könnt ihr hier genauso eben dieses Black Hole 2 Channel nehmen und dann habt ihr genau das gleiche prinzipiell. Was jetzt aber noch eigentlich ganz wichtig wäre, ist, funktioniert das Ganze hier eigentlich? Und vor allem höre ich das trotzdem noch. Also ich habe ja die Audio-Aufnahme, Audio-Ausgabe nicht mehr auf meinem Lautsprecher, sondern hier bei OBS. Höre ich überhaupt selber noch etwas? Thumbnail ganz genau anguckt, dass er sich tatsächlich das Video selber anguckt und jetzt seht ihr auch schon, ich höre mein Audio hier und ihr hört auch das Audio vom Video. Also ich höre das Video und ihr hört das Video. Eine Sache wollte ich an der Stelle ganz kurz mal anmerken. Das Desktop-Audio hatte ich zweimal versehentlich eingefügt, deswegen war die Qualität so schlecht und deswegen hat das so gehalten. Normalerweise hat man das natürlich in der gleichen Qualität, wie die normale Audio-Quelle auch hat. Also wie ein normales YouTube-Video auch hat. Das hat jetzt gerade in dieser Aufnahme nur so ein wenig Halt, weil ich diese Audio-Quelle eben zweimal hinzugefügt hatte. Somit ist das Ganze ziemlich erfolgreich verlaufen, also es hat alles geklappt. So und ich denke, jetzt habe ich euch erklärt, wie ihr das Desktop-Audio in euren OBS-Aufnahmequellen hinzufügen könnt und wenn euch diese Anleitung gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch da lässt und falls ihr irgendein Problem mit der Installation hattet oder irgendwas nicht geklappt hat, könnt ihr einfach gerne eure Frage in die Kommentare schreiben. Dort werden wir euch weiterhelfen. Achso, und ich glaube, das ist noch wichtig zu erwähnen, wenn ihr euer Desktop-Audio jetzt eingestellt habt und hier oben das Ganze auf OBS steht, könnt ihr das Ganze nicht mehr hier mit dem normalen Lautstärkeregler regeln, denn dann ist das Ganze in OBS und dann müsst ihr das Ganze über OBS regeln. Wie ihr das Ganze trotzdem regeln könnt, das ist ganz einfach. Ihr geht einfach bei YouTube beispielsweise hier hin und regelt das oder falls ihr externe Lautsprecher habt, regelt ihr das Ganze einfach dort. Und wenn ihr gerade nicht aufnehmt, dann ist das einfach bequemer, dann könnt ihr das Ganze wieder auf MacBook-Lautsprecher stellen, dann habt ihr das Ganze wieder normal. Aber das war jetzt meiner Meinung nach der einzige richtige Weg, der funktioniert, um euer Desktop-Audio in OBS an einem Mac-Computer aufzunehmen. Das war ganz schön kompliziert gesagt jetzt gerade. Und am Ende von diesem Video möchte ich euch noch einen anderen Kanal empfehlen, und zwar den Kanal der Tech Brothers. Den Link findet ihr einmal unten in der Videobeschreibung, einmal hier oben und nochmal am Ende gleich eingeblendet. Ihr könnt auf jeden Fall mal gerne dort vorbeischauen, lasst da auch ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, hier habe ich noch ein spannendes Video für euch. Hier habe ich euch gezeigt, was die zehn häufigsten Straftaten in Deutschland sind. Hier geht es zu dem Video von meinem Mikrofon. Hier ist nochmal der Kanal der Tech Brothers verlinkt. Da könnt ihr auch drauf klicken, dann könnt ihr den gleich abonnieren oder gleich zu ihrem Kanal springen. Und falls ihr unseren Kanal abonnieren wollt, könnt ihr gerne einfach da drauf klicken. Ansonsten war es das schon mit dem Video. Bis dahin. Tschüss.